Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu diesem Video und ich habe mir gedacht, wir machen nach der Weichenstellung gleich weiter mit einer Simulation. Und zwar eine Simulation, die schon oft von euch angefragt wurde. Ich werde jetzt in die Rolle einer Psychotherapeutin schlüpfen und dann, wenn ich hier sitze, in die Rolle der Klientin. Und zwar geht es um die Traumatherapie. So viele von euch fragen mich, welche Art von Traumatherapie empfiehlst du? Empfiehlst du überhaupt Traumatherapie? Ist es schwierig, eine Traumatherapie zu machen? Und jetzt kannst du einsteigen in eine Psychotherapie-Sitzung, wo eine Psychotherapeutin mit der Klientin genau dieses Thema bespricht. Es geht darum, Traumatherapie ja oder nein, pro und contra. Viel Spaß und viel Einsicht und Erkenntnis bei diesem Video wünsche ich dir. Du kannst gerne ein kostenloses Abo da lassen, wenn du weiterhin dich informieren willst über die Realität in der Psychotherapie, denn ich zeige dir hier wirklich, wie es in einer Sitzung aussehen kann und du kannst dir dann selber ein Bild machen, ob du es authentisch findest. Ich finde es auch ganz wichtig, habe ich schon öfters an der Stelle gesagt, als Psychotherapeutin immer wieder die Seite zu wechseln, auch in die Rolle der Klientin hineinzugehen, um zu spüren, wie sich das anfühlt. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Ich bin zuerst in der Haltung und in der Position der Therapeutin. Ich spiele hier keine Rolle, nochmal, um das zu betonen, für alle, die neu dabei sind. Ich spiele hier keine Rolle, das ist keine inszenierte Szene, sondern ich gehe wirklich in einen Flow, in den Flow einer imaginierten Sitzung hinein, so wie ich sie jeden Tag in meiner Psychotherapie Praxis tatsächlich erlebe. Und für mich ist eben die Challenge, die Herausforderung, dann tatsächlich die Seite zu wechseln und als Psychotherapeutin in die Position, in die Attitude, in das Gefühlsleben einer Klientin einzutauchen, die genau diese Problematik mitbringt, die das Thema dieses Videos ist. Ich bin jetzt die Psychotherapeutin. Lena, Sie haben das Thema angeschnitten, nicht genau zu wissen, welche Ziele Sie in der Psychotherapie haben. Jetzt möchte ich Sie nicht so flapsig fragen, wieso Sie dann überhaupt hierher kommen, denn ich denke, es ist wichtig, dass Sie hierher kommen und dass Sie sich die Mühe machen, für sich selbst hier diesen Raum zu nutzen. Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, weil ganz zu Anfang im Erstgespräch sagten Sie noch, Sie möchten in Richtung Trauma gehen. Sie wüssten aber nicht, welche Traumatherapie für Sie die richtige wäre. Jetzt gibt es da kein richtig oder falsch. Man kann etwas ausprobieren und gucken, ob es für einen passt. Ich biete natürlich bestimmte traumaorientierte Psychotherapie-Methoden an, aber auch nicht alle, die es auf der Welt gibt. Zum Beispiel EMDR. Das ist diese Traumatherapie, wo man mit den Augenbewegungen arbeitet und sich einen sicheren Ort imaginiert und vorstellt. Das biete ich nicht an. Ich habe zwar diese Ausbildung, aber ich habe da einfach keine guten Erfahrungen mitgemacht und deswegen würde ich Sie einfach fragen, was wissen Sie denn jetzt, Ihr Wissensstand zur Traumatherapie und was verbinden Sie gefühlsmäßig damit auch so, nicht nur an Gefühlen, sondern auch an Erwartungen. Welche Erwartungen sind jetzt für Sie an eine Traumatherapie knüpft? Was sollte am Ende dieser Therapie anders sein? Fragen über Fragen, liebe Lena? Fangen Sie mal an. Ja, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Das ist schon richtig, dass ich zu Beginn der Psychotherapie, dass ich da von Traumatherapie eigentlich ausgegangen war. Also ich kam zu Ihnen, weil ich glaubte, wir würden gleich eine Traumatherapie beginnen. Und dann haben Sie mir gesagt, dass das eben nicht so einfach geht, weil man da zuerst in der Psychotherapie sich kennenlernen muss und Beziehungen aufbauen muss. Und ich finde es eigentlich nicht so schlecht, dass Sie das ansprechen, weil irgendwie beschäftigt es mich die ganze Zeit. Ich warte immer, dass Sie mal einen Startschuss geben, quasi, dass wir die Traumatherapie mal anfangen. Und natürlich bin ich, ich würde sagen, so zerrissen im Inneren. Einerseits bin ich neugierig, wie so eine Traumatherapie auszieht. Andererseits habe ich auch irgendwie Schiss davor, weil ich mir denke, womöglich, also eine Freundin von mir, die hat so eine Traumatherapie gemacht, in der Tagesklinik und die war dann, da ging es grottenschlecht währenddessen. Also die war dann im richtigen Gefühlstief und so richtig am Boden und da geht es bis heute nicht besser. Also vielleicht, keine Ahnung, haben die das auch mit ihr so falsch gemacht und habe ich da jetzt irgendwie Vorurteile. Aber natürlich habe ich auch irgendwie Angst und Sorge, dass das nicht gelingt. Das ist ein wichtiges Thema, das Sie da ansprechen, Lena, denn es besteht tatsächlich eine Gefahr in jeder Traumatherapie. Es ist ein Risiko dabei. Ich würde es vergleichen mit einer Operation, einem chirurgischen Eingriff. Da ist es ja auch so, dass man zuerst unterschreiben muss quasi, dass man vorbereitet ist auf die Risiken dieser Operation. Und ähnlich ist es mit der Traumatherapie. Es ist natürlich das Risiko einer Retraumatisierung nicht nur bei einer Traumatherapie, sondern bei jeder Art von Psychotherapie und bei jeder Art von Beziehung möglich. Denken Sie an Ihre Partnerschaft. Sie haben ja schon mehrmals erzählt, dass in Ihrer Partnerschaft auch toxische Beziehungsmuster aus Ihrer Kindheit sich wiederfinden, die Sie da wiederholen, ohne es zu wollen natürlich. Also ganz unbewusst wird das wiederholen. Und so ähnlich kann es natürlich auch in der Psychotherapie sein, dass Sie mich dann wie so eine Person aus Ihrer Vergangenheit empfinden und sich auch von mir getriggert oder retraumatisiert fühlen, wenn ich das als Therapeutin eben nicht rechtzeitig erkenne und dann anders damit umzugehen weiß. Und das ist ja die Kunst in der Psychotherapie. Und dadurch unterscheidet sich eine Psychotherapie ja auch von einem normalen freundschaftlichen Gespräch, dass die Psychotherapeutin genau weiß, was abläuft, was da in der Interaktion abläuft, auch mit Triggern umgehen kann, mit Übertragung, Gegenübertragung, also mit den Gefühlen, die Sie auf mich und mit den Gefühlen, die ich auf Sie übertrage. Und all das ist eben wirklich eine Frage des Fingerspitzengefühls und, das haben wir ja auch anfangs gesagt, eine Frage des Vertrauens. Also ohne Vertrauen sollte man auf gar keinen Fall, ohne gegenseitiges Vertrauen, also Vertrauen von Ihnen zu mir und meinem Zutrauen in Sie, in Ihre Fähigkeiten, sollte man keine Traumatherapie machen, ohne dieses Grundvertrauen. Und deswegen braucht das auf jeden Fall Zeit. So eine schnelle Traumatherapie kann in jedem Fall nur oberflächlich wirken. Soll heißen, ist es dann überhaupt fragwürdig, ob es sich um ein Trauma handelte oder eher um eine Phobie oder eine aktuelle depressive Episode, wenn man was so schnell wegbügeln kann durch Gespräche, durch therapeutische Einfühlsamkeit. Also Trauma heißt immer, dass es ganz tief in Ihnen eine Wunde, Trauma heißt ja griechisch Wunde, eine Wunde, eine Verletzung verursacht hat, die eben nicht einfach so heilt und vernarbt, sondern wo man ganz viel Zeit, Ruhe und auch Einfühlsamkeit benötigt, um überhaupt an diese Wunde ranzukommen, damit die überhaupt sichtbar wird, denn die liegt ja in den tiefsten Schichten ihres Unterbewusstseins, weil sie sie ja als Schutzmechanismus verdrängt haben. Und dieses Verdrängen war ja nicht schlecht, es war gut, es war ihre Überlebensstrategie als Kind. Weil wir sprechen ja hier von traumatischen Ereignissen in ihrer Kindheit, Lena. Ja und ehrlich, ich merke, wenn wir jetzt da so drüber reden, ich meine, ich denke mir manchmal, ob ich mir das nicht ersparen kann, dann nochmal so zurückzugucken und ich weiß echt nicht, ob ich da überhaupt Bock drauf habe, dann nochmal in diese Abgründe zu gehen. Sie haben ja eine Psychotherapie mit so einer Bergtour verglichen und ich weiß nicht, ob ich mich da in irgendwelche Abgründe stürzen will. Oder ist Traumatherapie dann eher so, dass man sich da abseilt, also durch ein Seil gesichert ist und nochmal diese Abgründe der Vergangenheit hinunter geht, um nochmal zu gucken und dann hat man aber das Seil und kann sich wieder hochziehen. Oder sind Sie diejenige, weil Sie ja gesagt haben, Psychotherapie ist wie ein Guide auf einer Bergtour, sind Sie diejenige, die mich dann am Seil wieder sichert und hochzieht? Also sei es wie es sei, ich habe irgendwie, ich habe Sorge, dass ich dann meinen Beruf nicht mal hinkriege, also mein Job, wenn ich das wieder, ich merke jetzt gerade, wie ich so eine Gänsehaut kriege und wie, also es fühlt sich gerade echt nicht gut an, wenn ich in dieses Gefühl hineingehe, nochmal mein Kindheitstrauma heraufzubeschwören förmlich. Ist es denn wirklich so, dass in Traumatherapien immer, immer mit Konfrontation gearbeitet wird? Also Sie wissen, ich kenne mich ja selber ein bisschen aus, ich bin ja Sozialpädagogin, also in meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass das Traumatherapie eben immer mit Konfrontation arbeitet und man da sich erinnern muss an das Ganze und ich kann mich ja nur so lückenhaft erinnern und ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich da erinnern will. Also es triggert mich jetzt schon gerade, nur davon zu sprechen, mich erinnern zu sollen oder so, also ich, ich kann das glaube ich nicht, nein, ich kann das nicht. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal hingucken kann. Ich fühle mich jetzt schon wieder wie so ein, wie so ein hilfloses Kind, wenn ich nur davon spreche, dass, dass es mir passiert ist und und sie sehen ja, dass es mich total stresst und ich, ich habe gedacht so, es gibt so eine Methode, verdammt nochmal, wo man sich das sparen kann, dann nochmal hinzugucken und wo, 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 wo ich einfach irgendein, irgendein Blatt, irgendein, so ein Arbeitsblatt von Ihnen kriege und wo ich das ausfülle und dann, und dann werten sie das aus und dann machen sie von mir aus irgendwas mit mir oder, Entschuldigung, dass ich so die Fassung verliere, aber das, das stresst mich so. Sie wissen ja, dass ich immer sofort somatisiere, also bei mir wird ja alles körperlich, ich habe jetzt rasendgekopfschmerzen, weil ich mich, nein, ich steigere mich ja, ich weiß nicht, ob ich mich reinsteige, vielleicht steigere ich, ich weiß es nicht, ich weiß überhaupt nichts mehr, wenn wir von dieser Zeit in meinem Leben sprechen, dann könnte ich ausrasten, weil ich, weil ich nicht weiß, ich weiß einfach gar nichts, es ist so, als würde ich den Halt verlieren und sofort abstürzen, 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 Lena, beide Füße auf den Boden, beide Füße jetzt bitte auf den Boden, setzen Sie jetzt beide Füße auf den Boden, ja, Rücken gegen die Rückenlehne und atmen, tief ausatmen, lange ausatmen, lassen Sie die Luft rausfließen, ja, und beim einatmen, Lena, achten Sie bitte darauf, dass sich, Sie kennen das, die Bauchdecke hebt und beim Ausatmen senkt sich die Bauchdecke leicht, ich bin hier bei Ihnen, Lena, Sie sind hier und jetzt in meiner Praxis, es ist kein Grund der Welt, um in Panik zu kommen, aber es ist okay, wenn Sie das jetzt gerade stresst, dieser Stress wird jetzt gleich wieder vorbei sein, dieser Stress wird jetzt, Lena, gleich wieder vorbei sein, Ihr Atem fließt von ganz allein, die Gedanken sehen, wie Wolken, die im Himmel sind und verziehen sich von selbst, es ist alles, und Lena, ich bin hier bei Ihnen, Sie sind bei mir, in der Praxis, draußen ist regnerisches Wetter, es ist 4 Uhr nachmittags, Lena, und Sie sind hier in Sicherheit. Geht schon wieder, geht schon wieder, alles gut, alles gut, alles gut, man, oh man, jetzt geht's mir wieder, jetzt geht's mir wieder gut, es ist alles gut, machen Sie sich bitte keine Sorgen, es tut mir so leid, dass ich Sie so gestresst habe, wir wollten ja eigentlich nur über Traumatherapie sprechen und ich raste hier gleich so völlig aus, aber es war einfach, es war einfach too much in dem Moment, ich weiß auch nicht warum, irgendwas, keine Ahnung. Lena, Sie brauchen nichts zu erklären, geschweige denn zu rechtfertigen, es ist gut, es ist okay und Sie dürfen hier so sein, wie Sie sind, Sie sollen, Sie müssen hier so sein können, wie Sie sind, ja Lena. Und das war schon Traumatherapie, was wir heute gemacht haben. Cut, meine Lieben, Traumatherapie ist nichts von der sonstigen Psychotherapie komplett abgeschnittenes, isoliertes, wo du dann sagst, so, ab jetzt machen wir Traumatherapie bis hierhin und dann ist es keiner mehr. Es geht hier immer um Kränkungen, um Wut, um seelische Verletzungen, um Trauer, um Verlust, um Schmerz, um Angst vor Verlust, um Angst vor Enttäuschung, um Enttäuschung, um Frustration, um Versagensängste, um Selbstwert, Zweifel. Also darum geht es in der Psychotherapie. Es geht auch um Stabilisierung, damit du eine psychische Stabilität erreichst, die dir ein qualitätsvolles Leben und Selfcare ermöglicht. Diese Fähigkeit, selbstfürsorglich zu sein, wie das um und auf ist, um glücklich und zufrieden im Leben zu sein, denn wenn du dich um dich selbst nicht kümmern kannst und nur um alle anderen, wirst du auf der Strecke bleiben und bist nicht glücklich und zufrieden. So einfach ist der Umkehrschluss. Und was ist jetzt wichtig in einer Therapie wie dieser, wo es schon schwerfällt, überhaupt über Trauma zu sprechen, wo schon das Wort Traumanträger ist? Es ist ganz wichtig, Geduld zu haben, hier nicht die Brechstange anzusetzen und das Trauma quasi wie so ein Tresor zu öffnen und dann zu gucken, was ist drin und dann wieder das Tresor zu verschließen. Nein, ist nicht gut. Stichwort Tresor. Es gibt natürlich euch ja schon hoffentlich von meinen Videos bekannte Tresorübungen und wenn sie noch nicht bekannt ist, dann verlinke ich vielleicht das Video, wenn jemand so lieb ist und mir das mitteilt, welcher Link das ist, verlinke ich das gerne für euch in den Kommentaren. Ihr könnt ja leider in den Kommentaren selber nichts verlinken. So, und Traumatherapie ist dann, wenn eine Person sich öffnet. Ich möchte jetzt gar nicht von irgendwelchen PTBS-Spezialtherapien beginnen. Ich möchte weder die Tresorübung hier proklamieren und bewerben, noch möchte ich Promotion für EMDR oder eine andere explizite Traumatherapie machen, sondern ich möchte dich ermutigen, Vertrauen zu schenken, Vertrauen zu entwickeln, achtsam zu sein dabei, mit wem du diese Vertrauensbeziehung hast. Auch zu gucken, ob du dich mit deinem Psychotherapeuten auf eine traumabezogene Psychotherapie einlassen kannst und möchtest und was es dazu braucht, um mehr Vertrauen zu fassen und so die Basis einer traumaorientierten und somit auch traumaheilenden Psychotherapie zu schaffen. Vielleicht hast du Erfahrungen mit verschiedenen Traumatherapie-Methoden. Das ist sicher für die Allgemeinheit hier auf diesem Kanal von Interesse. Wie gesagt, lass gerne ein kostenloses Abo da, wenn du dich diese Simulationen und sonstigen Videos hier auch nach der Weisenstellung noch interessieren. Wir werden jetzt wieder mehr ans Stoffliche, ans wirklich Eingemachte herangehen, an psychotherapeutischen Methoden und wie man tatsächlich Veränderungen bewirken kann. Grundvoraussetzung ist, dass du es überhaupt möchtest und ich merke es ja, dass du es möchtest, sonst hättest du diesen Kanal nicht abonniert und hättest hier dieses Video nicht eingeschaltet, sondern dir sonntags, ich weiß nicht was, den Regen oder die Sonne auf dem Bauch nicht erscheinen, sondern auch prasseln lassen und einfach was anderes gemacht. Keine Ahnung was, aber jedenfalls nicht dir diesen so schwierigen Inhalt zugemutet oder auch gegönnt, denn es ist ja etwas, was sich auf jeden Fall weiterbringt in der Selbsterfahrung. Und Selbsterfahrung ist auch das Seminar, Stufenprogramm Positiven Denkens und das positive Denken möchte ich hier auch auf diesem Kanal weiterverfolgen. Ich freue mich also über deine Kommentare, über deine Traumatherapie oder Erfahrungen, gute und schlechte mit traumatherapeutischen Psychotherapie Methoden. Tschüss und bis gleich!